Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren kurzen Infovideo von mir. Und zwar geht es bei mir um das nächste Projekt. Ja, Freunde, ich habe ja schon in dem letzten Command & Conquer Video gesagt, dass doch einige Ideen sehr willkommen sind von euch bezüglich des nächsten Projektes. Und zwar, und darauf habe ich schon die ein oder andere Antwort erhalten. Und ja, die möchte ich euch jetzt präsentieren. Also es gibt folgende Spiele zur Auswahl fürs nächste Projekt. Einmal ist es Dune 2000, danach Dune 2, Dune 2 Legacy, Empire Earth, Command & Conquer Alarmstufe Rot 2, Command & Conquer Tiberium Sun, Command & Conquer Tiberium Konflikt Und für alle Tenshu-Freunde unter euch, das ist ein ganz anderes Genre, habe ich noch Tenshu Fatal Shadows zur Auswahl. So, das sind jetzt erstmal die ganzen Spiele, die ich euch präsentieren kann und wo ihr abstimmen könnt, welches Spiel ihr sehen wollt. Es gibt schon ein paar Stimmen für das ein oder andere Spiel und möchte ich euch auch erstmal kurz vorstellen, welches Spiel momentan führt und wofür ihr noch abstimmen könnt und so weiter. Dune 2000 ist momentan der Führende und hat drei Stimmen. Danach kommen mit jeweils einer Stimme Dune 2, sowie Dune 2 Legacy, CNC Tiberium Sun und CNC Tiberium Konflikt und Empire Earth und Tenshu hat noch keine Stimme. So, das ist jetzt mal so der aktuelle Stand von den Projekten. Ich möchte euch darum bitten, falls ihr abstimmt, ihr könnt für jedes Spiel einmal abstimmen, also einen Punkt vergeben, die zähle ich dann zusammen und küre dann quasi den Gewinner. Und ja, bitte stimmt nicht doppelt ab, wie gesagt. Und diejenigen von euch, die schon abgestimmt haben, werde ich in den Kommentaren packen von dem Video. Und damit ihr wisst, dass ihr schon abgestimmt habt und könntet dann höchstens noch für das Spiel abstimmen, für das ihr noch nicht abgestimmt habt. So, nach diesem Video werde ich natürlich locker weiterspielen, noch mit Commander Conker Alarmstufe Rot 1. Ich werde das noch durchspielen, aber werde noch einen Zwischenstand verkünden, wie es aussieht, wie das ein oder andere Spiel steht, vor der letzten Mission, weil vor der letzten Mission finde ich das nochmal eine gute Sache. Es wird so ungefähr in zwei Wochen werden, die letzte Mission. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf die letzte Mission. Aber hier, damit möchte ich euch hiermit jetzt erst mal nicht langweilen. Ja, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr seht die Spiele hier nochmal in einer Übersicht. Ich werde die euch ins Video packen. Und ja, an alle Tengshu-Freunde unter euch habe ich auch dran gedacht. Es steht auch zur Auswahl und einige Realtime-Strategies. Ja, genau, Freunde. Dann würde ich sagen, freue ich mich auf eure Kommentare und eure Antworten und auf eure Beteiligung. Und hiermit somit mein Call to Action stimmt ab. Genau, und ich möchte auch das spielen, was ihr am meisten sehen wollt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Wir sehen uns dann weiter bei Koranenkonka und danach beim Gewinner-Spiel. Tschüss, tschüss.